Olli ist der Gute und Samra ist der Böse. Ich mache Unterschiede zwischen Schlagen und Erziehen. Das ist für mich ganz zwei, zwei Paar Schuhe. Du meinst, er hat den Olli erzogen. Ja, klar. Ganz ehrlich, Olli, wenn du so eine Security hast, wenn du mit solchen Leuten rumhängst, der hätte schiss. Auf jeden Fall. Bevor es losgeht, bitte ich euch einmal den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich habe nämlich hier einen super geilen Typ, der hier schon mal war. Cozy Sucker in the house. Dankeschön, Assa. Danke für die Einladung. Ich bin gerne hier. Schön, dass du da bist, Bruder. Ich bin ja selber gar nicht so ein Gossip-Typ. Also ich gucke gar nicht diese Klatsch- und Tratschnachrichten. Aber man wird heutzutage davon nun mal voll gespammt. Und in der letzten Woche gab es zwei Schlagzeilen. Zwei Schlagzeilen, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schlag ins Gesicht. Schlagzeilen, Schlag ins Gesicht. Also Celebrities schlagen sich gegenseitig. Einmal Oliver Pocher, unser Oliver Pocher. Der wurde jetzt nicht von einem Celebrity, sondern ein Möchtegern-Celebrity. Ja, kann man als C- oder D-Promi nennen. Ist das wirklich? Und Oli Pocher ist ja ein A-Promi, würde ich sagen. Nein, ich meine der Typ, der den geschlagen hat. Ja, den kennt man. Ja? In der Comedy-Welt kennt man den. Okay, also du würdest sagen C-Promi? Ich würde sagen, ja. Also ich kenne den gar nicht. C-D-Promi, würde ich schon sagen. Und das zweite war, Will Smith verpasst bei den Academy Awards Chris Rock eine voll ins Gesicht, weil der einen Stand-Up-Gag gegen seine Frau oder gegen die Frisur seiner Frau gemacht hat. Und da ich gesehen habe, dass du in letzter Zeit auch vermehrt darüber, über dieses Thema gepostet hast. In letzter Zeit? Eigentlich fast immer. Ja. Also eigentlich fast immer. Du bist ja auch ein Typ, der, sag ich mal so, diese Mainstream-Schäfchen-News kritisiert. Also was mich daran abfuckt oder was mich da wuschig macht, warum ich auch heute diesen Podcast mache, ist der Doppelstandard. Dass man sagt beispielsweise, ein Oliver Pocher darf andere Leute verbal fertig machen, kriegt keine Quittung dafür. Jemand anders würde deswegen eine Anzeige für, wie nennt man das, Cybermobbing? Doch, Cybermobbing, ja. Cybermobbing, verbales Fertigmachen, psychisch Fertigmachen. Und da würde man eine Anzeige kriegen, aber er bekommt eine Plattform. Richtig. Dass er sowas machen kann. Ich habe auch nichts gegen Oliver Pocher. Der Punkt ist einfach nur, dass man sagt, er darf das, weil er gehört zu unserem Team. Und jeder andere darf sowas aber nicht machen und das wird dann geahndet. Ja, ich habe halt das Gefühl, dass die Medien bewusst auch so ein Gegeneinander ... Teile und Herrsche, meinst du? Genau. Weil das muss ja unterhaltsam bleiben. Wenn man eine der berühmtesten Zeitschriften in Deutschland liest oder Homepage sieht, Bild-Zeitung, da ist ja nur Hetze gegeneinander statt miteinander. Und das ist, das ist auch bei Oli Pocher auch passiert. Ich, ganz ehrlich, als ich das Video gesehen habe, mein erster Reaktion war geil. Das ist so, glaube ich, auch diese aufgestaute Wut. Wut, Negativität, dieser Unmut auch gegenüber seinem Verhalten. Als ich das gesehen habe, ich wusste erst mal gar nicht die Zusammenhänge. Weil, wie gesagt, ich bin da gar nicht so drin. Aber dann habe ich ein Video von Carsten Stahl gesehen. Das ist ja der Typ, der sich immer gegen Mobbing ... Den kenne ich zum Beispiel nicht. Der ist Anti-Mobbing. Das ist sein Ding. Okay. Und der hat auch einen Kicker auf den Oli. Und der hat dann direkt ein Video rausgebracht, so nach dem Motto, ja, brauchst dich nicht wundern und so, was du schon den anderen Leuten alles angetan hast. Und so weiter und so fort. Dann gab es ein Statement vom Oli selber. Das habe ich mir auch reingezogen. Wo er dann gesagt hat, dass er das A-File gefindet, weil es halt unangekündigt war. Dann wurde es gefilmt. Dann war dieser Typ auch gar nicht beleidigt worden vom Oli selbst. Sondern der wollte sich einfach nur profilieren. Also, dass der Oli jetzt sagt, dass es unerwartet war, das sehe ich ganz, ganz anders. Das war nur eine Frage der Zeit. Ja, nee, aber er meint ja, dass es quasi von hinten so ist. Von hinten so, ja. Genau, genau. Ich meine, in was für einer Welt leben wir denn, dass Menschen auch frontal auf einen zugehen und sagen, ich komme nächste Woche um diese Uhrzeit in diesem Geschäft und hau dir auf die Fresse. Es passiert doch selten. Aber das, was der Oli seit Jahren betreibt, dass der wirklich Cybermobbing hoch 10. Ich glaube, der eine ist Schlagersänger, der mal eine jüngere Freundin hatte. Wendler, glaube ich. Wendler, genau. Was der Oli mit dem gemacht hat, oder mit seiner Freundin auch, was da überhaupt in die Psyche gegangen ist. Ich finde das viel schlimmer, als die Backpfeife, die er bekommen hat. Wird der aufgehetzt vielleicht, weil der gerade dem Sender oder dem Mainstream nicht passt? Weil der Wendler, der hat sich ja auch unbeliebt gemacht, was auch Impf-Skepsis und weiß ich nicht. Ich will mich jetzt auf keine Seite stellen. Ich verfolge ihn nicht. Ich, man geht mal auf sein Instagram, wenn irgendwie was ist. Damals auf, was mit Wendler war, war ich mal kurz drauf. Ja. Ja, immer, wenn so eine Schlagzeile kommt. Immer wo eine Schlagzeile ist, gehst du drauf und willst dir halt deine eigene Meinung. Bei Oli ist das so. Ich glaube nicht, dass er dumm ist. Der ist auf keinen Fall ein dummer Mensch. Auf gar keinen Fall. Der ist sehr, sehr, sehr clever. Also für mich ist Oli ein Businessmann. Das ist krass. Der macht Business. Das ist krass. Der macht Business mit Leuten abziehen. Das ist sein Business. Und er weiß schon, wie er sich zu verkaufen hat. Und wie du auch gerade erwähnt hast, er hat eine Reichweite. Und sobald er gezügelt wird von seinem Management, dann glaubt mir, dann wird das nicht mehr so interessant sein für die Menschen. Weil er einfach zu viel Kohle reinbringt. Er bringt einfach zu viel Kohle. Okay. Und solange zu viel Kohle reinkommt, warum willst du so jemanden zügeln? Schau dir mal die ganzen Comedians von früher oder die auch berühmt waren oder teilweise noch berühmt sind. Ja. Ist der Oli Pocher ja noch der einzige. Marius Barth, den ich überragend finde. Wo hat er so eine Plattform, was der Oli hat? Und am Ende des Tages ist ihm der Shitstorm auch irgendwo egal. Weil er dann genau weiß. Der nimmt das in Kauf. Ja, natürlich nimmt er das in Kauf. Aber dann müsste der so eine Backpfeife ja auch in Kauf nehmen. Ja, richtig. Ich will Gewalt nicht hochpreisen und sagen, das ist genau der richtige Weg, dass man hingeht, wenn jemand was gegen dich sagt oder macht, dass du dann hingehst und dann jemanden schlagen sollst. Ja. Natürlich nicht. Aber das war wirklich eine Frage der Zeit. Und wenn er nicht aufpasst, dann glaube ich schon, dass es... Dann kann es noch schlimmer werden. Dann kann es noch ein paar Mal vorkommen. Ja, ja, ja. Dass die Menschen, vor allem die Jugend, dieser Typ, fett Comedy, ich glaube, der heißt Omar und nachdem das halt passiert ist, dann ging es natürlich los. Und Oli Boch hat bis dahin noch keine Stellung damit gemacht. Der Junge hat es halt, ne, junger Mann, der ist glaube ich 23, 24, auf jeden Fall, der aber jung, Anfang 20, hat das natürlich hochgeladen auf seinen Instagram-Profi. Und dann wurde er gefeiert, ja, verdient und so weiter und so fort. Jetzt kommt die Frage, aber von wem wurde er gefeiert? Jetzt kann er gefeiert werden von dir beispielsweise. Einer, der lang genug zugeschaut hat, wie Oli andere fertig gemacht hat und sich denkt, boah, der hat es jetzt endlich mal verdient. Ja. Wir sind uns ja einig, dass das jetzt diese Gewalttat, dass das nicht in Ordnung war. Genau, das geht. Ne? Wenn es ein Comedian ist, dann hätte der auch ein Comedy-Act machen können gegen Oli oder... Ja, sowas ist schwierig, gegen Oli anzukommen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Genau, ich weiß doch genau. So, man hätte das anders machen können, aber das Problem ist, ich glaube, das hat noch einen ganz anderen Rattenschwanz. Denn Oliver hat sich ja, so wie ich das verstanden habe, sich mit der Deutschrap-Szene angelegt. Und dieser Fat Comedy, der ist quasi der verlängerte Arm von dieser Deutschrap-Szene, weil die den ja quasi dann auch im Nachhinein gefeiert haben, dass er das gemacht hat. Eine Story, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die 100 pro korrekt habe. Es geht ja auch gar nicht hier darum, dass wir beide das ins Detail analysieren. Es geht uns ja nur ums Prinzip. Genau. Da ist wohl irgendein Mädel und die hat wohl gesagt, sie wurde von irgendwelchen Rappern vergewaltigt. Das ist Nika Irani, die muss man kennen, die Geschichte kennt man. Okay, dann erzähl du die mal. Ich bin jetzt nicht detailliert da drin gewesen. Das ist halt eine Mädel, die sich da hingestellt hat und meinte, dass ein Rapper sie vergewaltigt hat. Wer denn? Samra. Ich kenne mich ja mal gar nicht aus. Ich glaube, Samra war das. Also wie gesagt, ich höre seine Musik selber nicht. Sie hat sich halt hingestellt und meinte, er hat mich vergewaltigt. Aber wer ist sie denn? War sie auch Rapperin? Nein, gar nicht. Die war normale Mädel. Sie meinte halt, ich wurde vergewaltigt von Rapper. Und wo hat sie das gemacht? Einfach auf Insta oder was? Klar, sie hat es auf Insta hochgeladen oder keine Ahnung oder einen Post gemacht. Ich wurde vergewaltigt von diesem Rapper. Und dann ging es natürlich das Geschrei richtig los. Samra und Olli Pocher ohne nachts zu recherchieren, ohne überhaupt vorher zu checken, stimmt die Geschichte, stimmt die nicht und so weiter und so fort. Wie man Olli kennt, nimmt sich eine Kamera, gibt man die Kamera her, fängt dann zu erzählen, so Deutschrap, bla bla bla. Der hat dann Stellung bezogen. Ja, Stellung bezogen. Aber nicht nur Olli, das waren ja noch andere. War noch ein paar andere. Shirin David war die Erste, ja genau, die war die Erste, die sich dazu geäußert hat. Da hat der Olli das erste Mal Stellung bezogen und sich quasi auch mit dieser Welt angelegt. Ich glaube, davor schon. Davor schon? Davor schon, davor, davor ist er schon am Schießen, was das angeht. Davor schießt er schon gegen die ganzen Rapper. Aber da war halt so, dass er sich dahin gestellt hat und gesagt hat, zu, ich würde dich unterstützen. Anwalt, Kosten, bla bla bla, hin und her. So, ab einem Tag gehst du darum, stimmt die Geschichte oder stimmt die nicht? Weil heutzutage, ich kann auch rausgehen vom Edeka hier vorne ein Mädel ansprechen und dann heißt es, der Cosi Saka, Jugendleiter von der Sportfreude Baumberg, hat mich angequatscht, hat mich vergewaltigt. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Und dann haben sich halt die Rap-Welt halt aufgeregt über Menschen wie Oliver Pocher, dass die halt so einen krassen Plattform haben und sich einfach ohne, ohne mal beide Seiten der Geschichte angehört zu haben, einfach hinzugehen und sagen wozu, stimmt, ich unterstütze dich, das geht nicht, bla bla bla. Natürlich geht Vergewaltigung nicht, aber einfach seine Meinung anhand eines Instagram-Posts zu entnehmen und sagen wozu, du hast recht, die andere Seite hat Unrecht, ich unterstütze dich und 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 und. Und hat dann sich natürlich viele Pfeile gemacht, was das angeht. Das Problem ist ja auch, ich sag mal, Oliver Pocher hat, der kann auch nicht argumentieren, wenn das so war, dass er jetzt sagt, ich hab einfach so Privatstellung bezogen, denn wie du schon sagst, er hat diese Plattform und letzten Endes, wenn du sowas gegenüber jemandem behauptest, dann machst du Rufmord, dann machst du einem vielleicht die ganze Karriere kaputt, du machst Beziehungen kaputt. Richtig. Und das ist einfach die Macht der Reichweite. Und die Macht der Reichweite, die kannst du entweder fürs Gute oder fürs Schlechte nutzen. Klar kann man jetzt sagen, wenn es wirklich so war, dass sie vergewaltigt wurde und er Stellung bezieht, dann wäre das ja in Ordnung, aber das hätte ja dann auch gerichtlich erst mal geklärt werden müssen. Und da hab ich mitbekommen, dass der sich halt nicht nur mit einem, sondern mit vielen Rappern wohl angelegt hat und dass diese Sache jetzt mit dem Fat Comedy quasi nur die Quittung für diesen Beef ist. Ich mach Unterschied zwischen Schlagen und Erziehen. Das ist für mich ganz zwei, zwei Paar Schuhe. Du meinst, der hat den Olli erzogen. Ja, klar. Ich verstehe absolut, was du sagst. Das ist Erziehung. Er soll froh sein, dass er wirklich nicht welche reingekommen sind und ihn damit fünf, sechs Mal auf. Ich meine, ich bin Flüchtling aus dem Kongo. 1993 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich hab einen Asylanten eingebaut. Wer die Story sehen will, unser erster Podcast. Und ich habe erlebt, wie Menschen zusammengeschlagen wurden. Ich hab Gewalt gesehen. Ich hab auch selber in jungen Jahren auch Gewalt begangen, bis mir irgendwann klar war, er zu, hör zu, Cosi. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, wenn du wirklich deinen Sport, weil ich hab ja Fußball gespielt früher, wenn du weiterhin deine Karriere fortsetzen willst, dann musst du dich sowas trennen. Ja. Und was mit Olli passiert ist, das war eine kleine Erziehung, sag ich. Das war eine kleine Backpfeife, wo er jetzt vielleicht gewisse Themen ganz anders sich äußern wird. Weil du musst mal unter Ollis Pochers, weiß nicht, sein Statement bezüglich der der Backpfeife mal lesen. Die Aussagen. Die Aussagen, die Kommentare, was da, da wurden sogar Schwarz angegriffen, da wurden Türken angegriffen, da wurden Tunesi, der ist glaube ich Tunesi, der Fett-Comedy. Also keine Ahnung. Also von wem wurden die angegriffen? Von den Fans von Olli? Von den Kommentaren, von den Fans. Okay. Und dann denke ich mir so, okay, ich hab jetzt eine Backpfeife, wo ich gesagt habe, geil, hat er verdient, aber im Nachhinein weiß ich ja auch, dass sowas nicht okay ist. Ja. Das ist mir auch klar. Und dann gehst du hin und lest ja die Kommentare und dann siehst du einfach, wie viel Hass diese Menschen auch verspüren gegenüber, ob Schwarz, Türke, Tunesier, also Nicht-Deutsche, wie viel Hass die einfach dann haben und wieso macht der Olli den nächsten Statement gegenüber solchen Menschen? Solange er sich verkauft, solange er sein Management damit Geld macht, wird er doch niemals damit aufhören. Der kriegt nie einen Maulkorb. Der wird niemals damit aufhören. Der wird es immer weitermachen. Und irgendwann, er ist ja auch Familienvater, irgendwann, wenn das vielleicht rüberschwappt auf seine Kinder, der hat glaube ich drei oder vier Kinder und seine Frau rüberschwappt im täglichen Leben, weil man hört, er ist Comedian, im wahren Leben ist der Vater ganz lieber und, und, und. Aber sobald das dann in die Familie geht, dann so weit wollen wir ja gar nicht, dass es so weit kommt. Die Frage ist, ob diese Menschen, die in dieser Position sind, den Bezug zur Realität verloren haben und deswegen sagen, okay, ich bin immun, weil ich bin sowieso Celebrity, ich kann mit der Limousine abgeholt werden und gebracht werden, genauso auch meine Kinder, die können auf eine Privatschule gehen, ich kann privat einkaufen, ich habe das gar nicht nötig, mich auf der Straße aufzuhalten und deswegen kann ich auch einfach so weitermachen. Das Problem, was ich so ein bisschen bei Olli sehe, ist, man könnte ihn ja jetzt auch als Stefan Rapp 2.0 in Assi-Format sehen. Stefan Rapp war ein Topmann. Ja, deswegen sage ich, den habe ich gefeiert. Ja, ich auch, ich auch. Aber Olli macht das ja so ein bisschen asozialer, sage ich mal, ne? Der macht das ja so ein bisschen Street, oder nicht? Ja, das ist so. Wenn du das dann Street machst und wenn du dich mit den Street-Leuten anlegst, so wie mit den Rappern und so weiter, dann musst du die Schlacht auch zu Ende führen. Richtig. Verstehst du? Ja. Also deswegen, also ich wundere mich auch nicht, dass der das dann, ne, dass es dann passiert ist, auch wenn es scheiße ist, die Art und Weise, dass es also zu einem Schlag kam und so wie ich das verstanden habe, hat der wohl auf einem Ohr auch jetzt vielleicht Schäden oder irgendwas. Sagt er aber, dann stand er einen Tag später auf einer Show und hat da mit Luke Mordorich, glaube ich, der Olli legt sich halt nicht nur mit die Samra-Geschichte, er greift eine bestimmte Zielgruppe an, die mit solchen täglichen Probleme zu kämpfen haben, Diskriminierung, Rassismus und, und, und und dann schauen sie, gehen die auf Olli Pocher Seite und dann merken die einfach da, da sind auch viele Rassisten unterwegs, viele Menschen, die auch diese Zielgruppe diskriminieren und dann haben die halt auch Hass gegenüber Olli Pocher, weil er könnte seine Plattform ja nutzen, um diese Menschen, die so denken, diskriminierend sind, Rassisten sind, auch aufzuklären. Aber er nutzt, er nutzt, ich will nicht sagen bewusst, aber er nutzt ja seine Plattform auch aus, um solche Menschen weiterhin zu diskriminieren, ob das Rapper sind, ob das, keine Ahnung, Schwarze sind, Schwule, keine Ahnung. Im Grunde definiert Olli eine Zielgruppe, an die diese Witze gerichtet sind, ich meine nicht, die er damit eingreift, sondern die Leute, die das feiern, die Witze, sind meistens Leute, die gegen Ausländer sind und so weiter, das ist das, was du damit meinst. Viele. Und dadurch hat er quasi, ob bewusst oder unbewusst, dieses Gefolge an Leuten, die dieses Gedankengut haben und auf der anderen Seite gibt es dann wiederum die Leute, weil es zieht ja dann auch den Gegenpol an, die sich dann angegriffen fühlen und dann gibt es halt diesen Beef. Dann wiederum ist es ja auch nicht, also hat Oliver das sicher auch nicht zur Aufgabe gemacht, der Völkerverständiger zu sein. Natürlich nicht. Aber dann frage ich mich auch, wieso fährst du dann zur ukrainischen Grenze und bringst da Spenden hin? Auf eine Art willst du ein Vorbild sein so und zeigst guten Willen und möchtest ein guter Mensch sein, aber auf der anderen Art kannst du dann wieder Leute dissen und die größere Verantwortung sehe ich aber in den Medien und in den Leuten, die dem die Plattform geben und die sagen, okay, das ist erlaubt, das ist aber nicht erlaubt. Ja, die wollen einfach so einen Feind schnüren, finde ich. Der macht seinen Comedy, das ist einmal eine andere Person. Wenn er aus dem Haus geht, ist er eine ganz andere Person. Meinst du? Ja, 100 Prozent. Also du meinst, der spielt eine Rolle? 100 Prozent. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass Olli Pocher, so wie er sich da gibt, so wie er sich Menschen diskriminiert, so wie er Menschen auch psychisch kaputt macht. Ja, aber vielleicht ist das so ein Typ, der fertig gemacht wurde in seiner Kindheit und lässt jetzt so seinen Hass und seinen Frust so irgendwie an anderen aus. Kann auch gut sein, aber das, was er betrieben hat oder betreibt, das ist auch Gewalt. Kann ja auch sein, dass sich jemand das Leben nimmt oder so, dass er den so krass getroffen hat. Bestbeispiel Samra. Samra hat natürlich nicht so eine Reichweite wie Olli Pocher. Samra wird bei der Presse nicht so gut dargestellt wie Olli Pocher. Das ist ein Bad Guy, ne? Genau. Das heißt, wir haben ja schon unsere Meinung gebildet. Die Presse hat dafür gesorgt, dass wir schon wissen, Olli ist der Gute und Samra ist der Böse. Egal, was der Samra macht. Auch wenn er recht hat. Auch wenn er recht hat. Wenn er sich dagegen wehrt auf seinem Instagram und, und, und. Überall Sachen verbreitet, die werden noch nie so berichten, wie es bei Olli Pocher machen würde. Der Olli Pocher nimmt sich eine Handykamera und sagt irgendwas und dann heißt es, nächsten Tag ist das in der Bildseite und nächsten Tag ist das überall klatsch und krass. Witzig gesehen und gefeiert. Witzig gesehen, genau. Genau. Die picken das Ding ja nicht raus. Was hat er denn da gesagt? Der hat ja Stellungnahme gegeben, da hat er gesagt, irgendwas hier, ja, geh zum Aldi und hol dir Olivenöl oder sonst irgendwas. Das ist auch ein Angriff, weiß ich nicht, aber Ölaugen, bla, bla, bla. Wollt ihr mich verarschen, dann schaue ich mir die Kommentare an. Die Leute sind da am Lachen. Und das ist für die ganz normal. Das ist das Problem. Wieso wird dann nicht darüber berichtet, dass der Olli da auch diskriminierende Aussagen getätigt hat? Wo es schon hingeht Richtung Rassismus. Vor allem was seine Follower angeht. Das heißt, diese Menschen, die können sich ja gar nicht anders wehren. Außer mit der Backpfeife. Außer mit der Backpfeife vielleicht. Und da muss er halt aufpassen, dass es schlimmer wird. Das auf jeden Fall. Es sei denn, diese Community, diese Rap-Welt, die tut sich ja wirklich zusammen und greift den an. Aber dann geben die ihm wieder eine Plattform. Das ist das. Dann ist er immer wieder in den ganzen Medien und überall wird über Olli Pocher berichtet. Aber im Endeffekt hat er sich ja mit einem Hornissen-Nest angelegt und dass die dann auch mal stechen. Ich weiß nicht, wie alt seine Kinder sind. Aber ab bestimmten Alter kommt er irgendwann rein und will seinem Kind einen Gute-Nacht-Kuss geben und dann hört er ein neues Lied von Sabra. Das Kind geht irgendwann in die Schule, ob es Privatschule oder sonst irgendwas. Der lernt auch andere Kinder kennen. Der lernt andere Kulturen kennen, weil Deutschland ist mittlerweile Multikulti. Also ich bin gar kein Fan von Deutschrap, okay? Warum? Weil mich hat der von Anfang an nicht gecatcht. Ich bin ein Fan von amerikanischem Rap immer gewesen. Ja, die Leute, die im Ghetto waren, die haben über tatsächliche Sachen gerappt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, als der Deutschrap hier entstanden ist, die wollten immer die Amis nachmachen, hatten aber eigentlich keine Grundlage oder die Grundlage, die die hier hatten, die war fake. Wir sind auch in einem Ghetto, uns geht's auch schlecht, Usi-Patronen weichen wir aus jeden Tag. So, und deswegen war das für mich nie realistisch. Aber heute, dass andere Kulturen, woraus ja auch diese Rap-Szene ja auch meistens entsteht, es gibt natürlich auch viele Deutsche, die das machen, aber das sind meistens auch Leute, die mit den Ausländern abhängen. Diese negative Ansporn dieser Rap-Szene entsteht ja auch größtenteils aus dieser gesellschaftlichen, aus diesem gesellschaftlichen Rassismus, dass man weder akzeptiert wird, wenn man anders ist, dass man weder gehört wird oder respektiert wird. Also früher, ich habe den nicht abgekauft mit den Ghettos und so, aber wenn die heute ankommen, sowas wie Bild-Zeitung stellt Olli Pocher gut dar und uns Rapper schlechter, dann kann ich euch nachvollziehen, Leute, tut mir leid. Also da bin ich bei dir, was das angeht. Ich glaube einfach, die Medienwelt will ja bestimmtes Feindbild erschaffen, vor allem die Bild-Zeitung. Früher hieß es mal Bild dir deine Meinung. Da habe ich auch gern gelesen im Alter von, keine Ahnung, 18 bis 21, 22, weil einen Tag später stand meistens dein Name drin oder halt über einen Bericht über deine Mannschaft hat man sich das gerne reingezogen, sag ich mal. Aber als es dann anfing, mit mir nicht mehr so bergauf zu gehen, stand auch viel Mist drin, wo ich mir gedacht habe, hä, das ist doch gar nicht so gewesen, das stimmt doch gar nicht. Das wurde dann übertrieben, ne? Das wurde dann komplett übertrieben, dann war mir auch klar, Bild dir deine Meinung, das ist nicht meine Meinung, das ist eure Meinung, die ihr dann den Menschen einfach so verkaufen wollt. Ich mache dir mal mein Beispiel. Früher, als ich in Asylantenheim war, habe mir einen Nachbar gehabt, der war Moslem. So, für mich war immer der Moslem, frau, mein Mann, immer ruhig, besonnen. So habe ich das Bild gehabt über Moslem. Immer nett gewesen, dieser Mann. Und jetzt überleg mal, zehn Jahre später, wenn man über Moslem spricht, wenn mir jetzt die Augen schließen würden und sagen, Moslem, was kommt in unserem Kopf? Selbst die Moslems trauen sich schon nicht mehr zu sagen, dass sie Moslem sind. Ey, was kommt in unser Kopf? In uns, also in unseren Kopf kommt dann meistens, da hat uns die Medien so verkauft, dass der Muslime jemand ist, voll war, da, absolut, absolut. Jetzt überleg mal, und diese, und diese Medien schenken wir dann, also davon holen wir unsere Meinung, indem da eine Geschichte drinsteht und sagen, die haben recht. Weil die Medien, die Zeitschriften, die, die Mainstream-Medien ja auch mit der Politik verknüpft sind und die Politik schafft Feindbilder, um auch Kriege vorzubereiten oder Konfrontationen vorzubereiten. Ich habe, was das angeht, habe ich einen Freund von mir, Astrid, ich grüße dich. Intensiv Leser auf Instagram, der postet immer fleißig, versucht die Menschen aufzuklären, was das angeht. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so, mein Wissen ist nicht so, so gut, was Politik angeht, was Religion angeht, aber ich interessiere mich, wenn ich ein Thema habe, wenn ich irgendwo, wo es vorgefallen ist, dann versuche ich irgendwo selber nach Quellen zu suchen, um dann einfach meine eigene Meinung zu bilden und nicht einfach nur, okay, der hat jetzt was gepostet, das muss stimmen, teile ich auch. Und das finde ich halt traurig, dass wir halt so weit sind, dass wir uns gar keine eigene Meinung mehr bilden dürfen, dass Menschen Angst davor haben, paranoid sogar werden, real zu sein. 100 Prozent. So, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich mag das und das nicht, dann musste ich Angst haben, dass einer genau das, was ich gerade gesagt habe oder über gewisse Themen gesagt habe, dass er das hochlädt, vor zehn Jahren, was ich mal gesagt habe, als kleiner, junger Mann, das hochlädt, dann werde ich gecancelt. Ja, dann darfst du nichts mehr. Dann werde ich gecancelt, das heißt, dann kriege ich Probleme auf der Arbeit, kriege ich Probleme beim Sport, sogar vielleicht im engen Familienkreis, da wo sich Menschen distanzieren. Dann denke ich mir so, du kennst mich, du bist doch mein Bruder. Bin ich ein Dummkopf, der manchmal gewisse Sachen sagt? Ja, bin ich, habe ich eine falsche Aussage tätig? Ja, bin ich ein Rassist? Nein. Der Oliver Pochart, wenn wir da nochmal zurückkommen, der hat ja auch bei diesem Statement am Ende verlangt, dass die Plattformen, also wie Instagram, Facebook und so weiter, dass die diesen Fett Comedy sperren, also dass die dem seine Social Media Accounts sperren. Allein so, wie das gesehen wird, sobald du kein Instagram mehr hast, bist du ein Niemand. Sobald du auf Instagram ein blaues Häkchen hast, bist du ein Jemand. Und weißt du, wie ich meine so? Und wer diesen Trend folgt und wer sich dem beugt, der wird dann auch Sklave dieses Systems. Weil der spielt ja genau diese Regeln dann mit. Weißt du? Und ich glaube, dass das Problem auch, was die Mainstream-Medien auch mit dieser Underdog-Kultur, mit der Rapper-Szene hat, ist, dass die Rapper auch ungezügelt ihre Meinung sagen. Dass es Raps gibt über Gesellschaft, über Politik, über was auch immer, wo die Mainstream-Medien und die Politik keinen Einfluss drauf haben, was da alles in die Köpfe der Zuhörer verbreitet wird. Diese Rapper, in denen Oliver Pocher meistens schießt, das sind genau diese Rapper, die auch mehr Jugendliche aufklären, als ein Oli Pocher. Natürlich ist auch viel Fake dabei, wenn ein Rapper jetzt rennt, ich steig aus meinem Lambo aus, mit einer Bitch an der Seite, und dabei hat er die 20 Euro bezahlt, dass sie überhaupt in dem Rap-Clip dabei ist und diesen Lambo, den er fährt, hat seinen Kumpel oder ein Bekannter vom Bekannten vorbeigefahren und rappt da, ich hab meinen Lambo und und und. Zu 99% ist das so. Natürlich ist das Fake und nur Scheiße. Aber es ist auch irgendwo Kunst. Das ist das Ding so. Aber diese Rapper, die erziehen unsere Jugendlichen. Aber es gibt auch viele, die verderben die Jugendlichen. Ja, klar. Es gibt ja genauso Comedien, die uns erziehen Richtung USA. Wenn ich Dave Chappelle höre, seine Stand-up-Comedies, wo es lustig auch ist, das ist auch Erziehung irgendwo. Als ein Oli Pocher, der sich da hinstellt und einfach drauf losgeht und Menschen einfach psychisch diskriminiert, keine Ahnung, fertig macht, Gewalt antut. Natürlich sind das zwei verschiedene Schuhe. Das gibt es immer gut und schlecht. Gibt es ja immer. Ob es beim Sport gibt es auch einen, der gut ist und einen, der schlecht ist. In der Rap-Welt gibt es genauso welche, gibt es welche, die wollen Jugend erziehen oder Menschen erziehen und eine Botschaft rüberbringen und manche nicht. Manche wollen einfach nur schnelles Geld. Und bei Oli Pocher als Comedian sage ich einfach nur, er will einfach nur weiterhin im Kreise der Menschen sein, die berühmt sind, sein Geld machen und gut ist. Er will ja gar nicht die Menschen erziehen. Er will ja gar nicht seine Botschaft. Den Oli Pocher, der eigentlich Storhose ist, als Familienvater, will er doch gar nicht, dass die Menschen davon lernen. Ich wünsche Oliver Pocher, dass der mal drüber nachdenkt und auch eine gute Besserung und ich finde das auch überhaupt nicht in Ordnung, also was ihm widerfahren ist. Also nur, wie gesagt, also man sollte auch drüber nachdenken, mit wem man sich anlegt und dass man sich mit Leuten anlegt. Und sobald du dich mit Leuten anlegst, dann wird es auch Gegenwind geben. Natürlich. Und das ist, glaube ich, der ganze Punkt so. Und wenn du so weitermachst, dann würde ich mir halt eine dickere Security besorgen. Und ich sage mal ganz ehrlich, was sollen das denn bitte für Pfeifen, die da neben dem saßen? Kein Mensch ist aufgestanden, keine Security. Was war denn das denn für Spacken? Ja, Zivilcourage hoch 10. Ja, das geht ja mal gar nicht. Zivilcourage hoch 10, aber ich will jetzt nicht sagen, jetzt bestimmte Menschengruppe, wie zum Beispiel die Deutschen, dann die seien ja alle mehr deutsch aus als Schwarz, Türke oder sonst was. Eigentlich ist es scheißegal, aber keiner ist aufgestanden. Aber am Ende des Tages, wie ich mir 100% sicher bin, jetzt irgendein Rapper da gewesen wäre, der vielleicht den Oli nicht mag, sei es ein Massiv, der wäre aufgestanden, 100% pro. Aber dann sitzt da der eine, Christoph Daumen sitzt da so, aber da tut sich nichts. Krass, ne? Ja, das Zivilcourage, wo bleibt denn die Zivilcourage in Deutschland? Nicht nur Zivilcourage, die haben einfach ihren Job nicht gemacht. Von der Security sowieso. Aber mir geht es um die Menschen, die daneben in ihnen standen, sozusagen, ich treffe mich mit meinen Kumpeln, sei es ein Kumpel, wenn es ein Freund wäre, wäre das auch schlimmer. Keiner macht, keiner geht dazwischen. Das war schon schockierend so, ne? Das ist Zivilcourage in Deutschland. Das fand ich noch krasser, das fand ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Szene, wie er quasi sich in Sicherheit begeben musste, weil keiner aufgestanden ist, keiner was gemacht hat, fand ich noch schockierender als die Ohrfeige. Im Nachhinein, wo man das gesehen hat. Boah, ich schwör's dir. Ey, Bruder, wo ist die Sicherheit? Krass. Also man muss dann, guck mal, ganz ehrlich, Olli, wenn das unter solchen Umständen sind, wenn du so einen Kreis um dich herum hast, wenn du so eine Security hast, wenn du mit solchen Leuten rumhängst, ey, ganz ehrlich, da hätte ich Schiss. Auf jeden Fall. Da hätte ich wirklich Schiss, zum Aldi zu geben. Auf jeden Fall. Oder? Auf jeden Fall. Nee, und das ist halt das Ding so. Wir wollen natürlich nicht, dass sowas verherrlicht wird. Nein, nein. So was zur Normalität geht, ey, ist respektlos mir gegenüber. Nee, das wollen wir natürlich nicht verherrlichen. Der kriegt ja auch mega Anzeige des Todes jetzt, ne, der Fat-Comedy. Wendler, den hört man bis heute nichts mehr, sagt der Geschichte mit Olli Pocher. Also vielleicht verdient er irgendwo noch sein Geld, aber der ist nicht mehr so, ähm... Der hat den schon kaputt gemacht. Der hat den komplett kaputt gemacht. Aber was nennst du das? Ist auch Gewalt. Psychischer Gewalt. Was ich aber auch nicht verstehe, also der Typ jetzt, der Fat-Comedy, im Endeffekt wollte er sich ja auch nur profilieren, wenn er damit wirklich tatsächlich nichts zu tun hatte. Seien wir uns sicher. Also ich weiß ja nicht, ob Samra dem jetzt irgendwie ein Taui gesteckt hat und gesagt hat, ich push dich. Und wenn, guck mal, wir waren doch alle mal jung. Aber öffentlich und so weiter, da kannst du nicht erwarten, dass der nicht die Quittung kriegt. Ja, ne, klar. Ja, ne, vielleicht hat das gedacht, dass es vielleicht der Shitstorm nicht so krass ist, so wie er jetzt ist. Die Art und Weise war nicht okay. Die war nicht okay. Und wer war das denn, dass der das gemacht hat? Ja, mit der Aktion wollte er sich profilieren. Ja, da sind wir uns klar, aufgenommen und so weiter. Wenn ich jemanden jetzt wirklich überfahren möchte, ne, dann nehm ich das nicht auf. Genau, wenn ich wirklich den Hass im Herzen habe. Dann gehe ich hin. Er wollte sich einfach nur profilieren, der wollte noch berühmter werden. Der ist jung. Und das, finde ich, macht die Sache noch schlimmer. Ja, der ist, ne? Ja, ich sage, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber ich sage einfach, das ist jugendliche Dummheit. Da machst du halt solche Fehler und denkst nicht viel drüber nach. Du denkst einfach nur, wenn ich das jetzt hochlade, das wird mein Hit. Natürlich ist das ein Hit, aber der Boomerang ist noch größer. Auf jeden Fall. Und schon gar nicht auf Kosten und auf Nacken und auf Schmerzen anderer, ne? Und schon gar nicht auf Olli ist, der Anwälte in petto hat, wo der, glaube ich, kann... Ja, aber unsere Gesetze lassen es ja auch sogar zu. Der wird jetzt eine Geldstrafe kriegen. Meinst du nur? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht Bewährung. Bewährung. Wenn er vorbestraft ist, vorher, okay. Aber ich glaube, in Deutschland kriegst du Bewährung. Ja, ja. Die ganze Kinderschänder, die kriegen ja noch nicht... Die kriegen neun Monate... Ich glaube, wir haben über Olli genug unseren Senf abgegeben. Ja, ja. Was ja gleichzeitig oder unmittelbar danach passiert ist, war ja dann die Aktion von Will Smith. Ich hab's nur gesehen, aber ich hab's weiter nicht verfolgt. Okay. Nee, was weiter passiert ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hab erst mal das Video gesehen und hab erst mal gedacht, das wäre ein Stand-up-Joke. Also das wäre ein Teil der Show. So kennt man die Amerikaner, ja? Richtig. Die Show. Genau. Was ist genau passiert? Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith, die hat ne Krankheit, Richtig. Wo die Haare ausfallen, deswegen hat sie sich, denke ich mal, aus Stylegründen die Haare ganz kurz gemacht. Ja. Sieht ja auch gut aus. Super. Ne? Also klar, es gibt Leute, die hängen an ihren Haaren, die sagen dann, wenn ich keine Haare hab, bin ich nur noch die Hälfte von mir selber. Es gibt Frauen, die hängen an ihren Haaren. Es gibt Frauen, die, ich weiß nicht, eine Glatze. Es gibt Frauen, die tragen gerne Brücke. Also sie und ihr Mann saßen in der ersten Reihe in der Oscarshow, also in den Academy Awards. Und Chris Rock hat einen Stand-up-Witz gemacht, worin er sich darüber lustig gemacht hat, über die Frisur von der Frau von Will Smith, dass sie in dem Film G.I. Jane 2, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich meine, der heißt auf Deutsch anders. Also das ist der Film mit, wie heißt die, von Bruce Willis, die Ex? Demi Moore. Demi Moore, genau. Demi Moore hat einen Film gedreht, damals, wo sie so eine Soldatin war, wo sie dann die Haare abrasiert bekommt und so weiter. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt, der Film. Jedenfalls hat er den Witz gemacht, dass sie ja in dem Teil 2 ja direkt mitspielen kann, aufgrund ihrer Frisur. Will Smith hat erst mal gelacht, sie hat die Augen verdreht. Man hat aber nicht genau gesehen, ob er dann gesehen hat, dass ihr das nicht gefallen hat. Und man hat dann nur noch gesehen, wie er dann aufgestanden ist zur Bühne. Die Akte Jane. Die Akte Jane heißt der Film. Er ist aufgestanden? Also der ist aufgestanden, ist zu Chris Rock hingegangen, hat dem eine Backpfeife gegeben, wo er wieder sich hingesetzt hat, hat Chris Rock gesagt, der Will Smith hat gerade die Scheiße aus mir rausgeschlagen. Also hat das noch mit Humor genommen. Ja. Hat den quasi so auch in Schutz genommen. Will Smith hat dann geschrien, nimm den Namen meiner Frau nicht mehr in deinen Mund. Mhm. Und der Chris Rock sagt dann, ey Kumpel, das war nur ein Joke. Dann sagt er, nimm den Namen meiner Frau nicht wieder in den Mund. Und dann war die Sache klar und alle waren schockiert, okay? Und am Ende hat er sogar noch seinen Oscar bekommen und die haben einfach so weitergemacht, als ob nix ist. Als ob nix ist, ja. Er hat sich dann wohl später nochmal entschuldigt oder so und der Chris Rock hat gesagt, er verzichtet auf eine Anzeige. Das Krasse dabei ist ja schon mal erst mal die Backpfeife, dass er überhaupt so ausgerastet ist. Das andere ist, warum zum Fick wurde der da nicht komplett rausdiskutiert? Im Endeffekt ist das die größte Celebrity-Show der Welt. Mhm. Ne? Also die ganzen A-List Celebrities sitzen da. Ja. Und er gehört dazu. Und es wird nicht geahndet und es wird der ganzen Welt ausgestrahlt und das schauen Familien, Kinder, Ommis, Oppis, alle schauen zu. Es kam ja noch nicht mal einer hoch von der Show, ein Host, der gesagt hat, ich entschuldige mich bei den Zuschauern für das, was passiert ist. Wir wissen jetzt nicht, ob wir abbrechen sollen oder weitermachen sollen oder wir haben uns jetzt entschieden, weiterzumachen. Was ist, wenn da oben einer einen Herzinfarkt kriegt oder einen Schlaganfall? Gab's ja, glaube ich, auch schon früher so. Es wurde ja auch kein Sanitäter geschickt, um zu schauen, ob Chris Rock es gut geht. Ne, ich mein das jetzt ernst. Ich sag das jetzt nicht. Nein, ich sag jetzt nicht, dass er es nötig hatte. Aber ich sage, so wie die uns das so vorspielen, wie das zu sein hat, haben die nicht gemacht. Ich auch mal. Also, die haben sich komplett abgezogen. Verstehst du? Das war Monat im Backpfeifen. Ich schwöre es dir, Bruder. Das war auch nur zwei, drei Tage nach Olli. Ja, ja. Ich glaube, Politik, Medien, die wollen doch, dass wir uns gegenseitig zerfetzen. Bruder, ich glaube aber nicht, dass die das wollten. Auch. Das, was da passiert ist, glaube ich nicht, Bruder. Jeder redet doch wegen dem Oscar jetzt. Ne, sonst ist doch alles runtergegangen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Oscar Falle gab. Ja, aber dann gehst du ja in die Richtung, dass es gespielt war. Also, ich traue das zu. Weil den Amerikaner traue ich alles zu. Ja, ich traue denen das auch zu. Ich traue. 100 Prozent. Also, warum er nicht rausgeschickt wurde, ist wahrscheinlich, weil, das war ja ein Oscar nach, und der Will Smith wurde ja auch... Nominiert. Nominiert und auch gekrönt, als bester Schauspieler, glaube ich, in den Filmen, wo er ja der Vater von Serena Williams spielt. Das war bestimmt einer der Gründe, dass die dann gesagt haben, ne, der kriegt gleich seinen Preis, und der muss auf jeden Fall... Ja, weil dann ist ja die ganze Show gekippt. Ja, aber das sind Amerikaner. Show must go on. Aber guck mal, wenn das so sein sollte, und was ja so ist, die Show ist ja weitergegangen, und es wurde ja nicht, also, während der Show wurde ja nichts abgebrochen, es wurde nichts unternommen. Einfach nichts. Es ging einfach weiter. Genau. Das heißt, wenn du eine Minute später hier dazu gekommen wärst, hättest du gedacht, okay, das war gar nichts. War nichts. Na, genau. Was ich aber daran erschreckend finde, ist, wo wir angekommen sind. Was für einen Stand unsere Gesellschaft hat, und die größte Show der Welt, was hat die mittlerweile für einen moralischen Status? Dass einfach der eine Star dem anderen Star eine reinhaut, nicht dafür bestraft wird, nicht aus dem Verkehr gezogen wird, der andere, der wird noch nicht mal nachgeguckt, ob der irgendwie Zahn verloren hat, oder ob es denen gut geht, ob der eine Gehirnerschütterung hat. Ich liebe Will Smith seit meiner Jugend, seit Fresh Prince from Bel-Air und die ganzen Filme, die der gemacht hat. Also, ich find den schon immer super. Chris Rock war ein Typ, den ich nie gemocht hab. Das war immer so, so eine Nervensäge, so in Filmen. Aber nach dieser Sache hat sich das bei mir genau umgedreht. Okay. Ich hab vollsten Respekt für Chris Rock, allein wie der es weggesteckt hat. Krass. Also, der ist für mich ein Mann, ganz ehrlich. Und auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die Will Smith-Filme scheiße finde oder so, im Nachhinein jetzt deswegen, nein. Aber der Mann tut mir einfach nur leid, weil, ey, Alter, du hast alles im Leben erreicht. Was bringt dich so ein kleiner Scheiß-Joke zu dem Punkt, dass du so dich verlierst und auch noch auf dieser Bühne diesen Fehler machst? Das heißt doch für mich, der ist in einem mental so schwachen Zustand oder so labilen Zustand, dass der, guck mal, ey, Bruder, der ist ein Schauspieler. Der konnte jetzt nicht einfach weiter schauspielern, auch wenn es ihn abgefuckt hat. Hast du in den letzten Jahren Will Smith verfolgt? Ja. Was dem Typ, was in seinem Leben, in seinem Umfeld so um sich passiert. Ich finde das schon strange. Allein die Story von seiner Frau mit Tupac, der Typ ist schon seit, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren schon tot. Und die Frau, die liebt ihn ja immer noch. Hast du es mitbekommen? Die Tochter, da habe ich vor zwei, drei Tagen wurde ich mal markiert auf Instagram, die Tochter von Will Smith. Ja. Sie kennt den Tupac ja gar nicht. Die ist ja, nachdem er gestorben ist, ist er irgendwann geboren, 2000, keine Ahnung, wie alt die jetzt ist. Die hat einen Brief an Tupac geschrieben, der schon längst tot ist. Da drin erwähnt sie, ja, du musst wieder zurückkommen, um meine Mama glücklich zu machen. Okay. Dass sie wieder glücklich ist. Überleg mal, das sind so Dinge, die halt dazukommen. Plus kommt dazu, der Will Smith öffnet sich. Ein Mann, wir sagen ja immer, Männer müssen, es gibt Männer, so nicht immer so dodenant sein, sollen auch Gefühle zeigen. Genau, die dürfen auch mal heulen. Will Smith heult von laufender Kamera. Was haben wir mit denen gemacht? Die Welt, die haben diesen Mann ausgelacht, weil er seine Gefühle, weil er sich öffnet. Ja. Weil er seine Gefühle zeigt. Das heißt, wir Männer dürfen unsere Gefühle gar nicht zeigen, weil wir werden ja lustig drüber. Die machen sich lustig drüber. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle und wir über ein gewisses Thema sprechen, dann muss ich mich so zusammenreißen, dass ich keine Tränen hier verliere. Weil du sonst abgezogen wirst. Sonst wird überall gepostet. Ach, guck mal, ja, Kosi ist am heulen. Na, du Idiot, wie soll ich heute überdeckt? Überleg mal. Krass, ne? Das heißt, all das, dieser Druck, ne? Überall, Will Smith, das, Will Smith, deine Frau liebt Tupac, denn die liebt dich nicht. Oder auch das, die Sache mit dieser offenen Ehe, ne? Diese offene Ehe, diese Entanglement, oder wie das die Scheiße da heißt, sorry. Das kam ja alles dazu, über Will Smith, du hast deine Frau nicht unter den Griff, du bist, was haben die nicht alle über diesen Mann gesagt? Und dann sitzt er da und denkt sich so, vielleicht irgendwann kommt, muss er die Bombe platzen. So, ich muss jetzt, weil er liebt sie ja richtig. Das ist, glaube ich, der Punkt. Der liebt sie ja richtig. Okay, jetzt beweist ich der Welt, dass ich sie liebe, dass ich auch ein Tupac sein kann. Ja. Ne, weil ein Tupac wäre wahrscheinlich nicht hingegangen, hätte eine Barquare gegeben, er hätte, glaube ich, eine Waffe gezogen und den Typ vielleicht abgeknallt. Aber weiß er nie, ne? Ja. Weiß er nie, weil er halt so ein Draufgänger war, ne? Obwohl er richtig gebildet war. Und dass der Mann dann so weit kommt, also ich sage, ich finde das auch nicht okay, was da passiert ist mit der Barquare, vor allem von so einer wichtigen Oscar-Verleihung, dass du wurdest auch noch gekrönt an diesem Abend, du bist Will Smith, die ganze Welt kennt dich. Ne, du hast... Der ist wirklich ein Vorbild. Du hast ein Imperium erschaffen. Ja, der ist wirklich ein Vorbild. Und dann hast du so einen Ausrutscher, darf dir natürlich nicht passieren. Aber andererseits verstehe ich auch den Druck, weil ich selber den Druck auch mal erlebt habe. Ne, ich war auch selber mal kurz vorm Ausbrechen, und wer weiß, was dann mit mir passiert wäre. Also ich fand den Joke jetzt nicht so krass, dass man hätte... Ich habe den erst mal nicht verstanden. Ja. Englisch nicht aufgepasst in der Schule. Aber ich habe den Joke erst beim zweiten, dritten Mal hinhören und habe gesagt, ah, okay. Er hat sich ja nicht wirklich über diese Krankheit lustig gemacht, sondern über den Style. Über den Style, genau. So, ich meine, das ist Stand-Up. Du bist ein Celebrity. Du musst mit diesem Druck und mit dieser Show, mit dieser ganzen Atmosphäre umgehen können. Sonst wärst du nicht diese Person. Und sonst wärst du auch nicht in dieser ersten Reihe. Aber überleg mal, in den Stand-Up-Comedy, die unterhalten sich ja mit den Gästen. Ja. Wenn du wirklich USA und Stand-Up, die sind da... Genau, die picken sich die Leute raus. Bitter die, oh, deine Freundin war... Ich war gestern Abend bei ihr zu Hause und hab mit ihr... Genau, genau. Dann lachen die alle. Klar, aber bei Will Smith sage ich einfach nur, der war einfach... Das ist einfach der Druck, der Mediendruck. Aber ich glaube, das hat gar nichts mit diesem Joke zu tun gehabt. Nee, gar nicht. Das ist... In dem Moment ist das einfach übergelaufen. Richtig. Das hat wirklich nicht mit dem Joke zu tun gehabt. Ja, ja, glaube ich. Also, glaube ich auch. Weil, wie gesagt, so die Reaktion hast du ja gesehen. Der hat erst gelacht, ne? Dann hat er seine Frau rüber... Genau. Und die hat die Augen verdreht? Die hat die Augen verdreht, hat er gemerkt, meine Frau ist sauer. Richtig. Mein... mein wichtigste Rippe... Ja. ...ist sauer. Kurzschlussreaktion. Also, wie gesagt, ich kann Will Smith verstehen, aber das, was er gemacht hat mit der Backweife, genau wie Oliver Pocher, finde ich, kann ich nicht gut heißen. Finde ich nicht okay. Der ist ein cooler Typ. Er hat so geile Rollen gespielt. Warum muss ein Mensch, der es so weit gebracht hat, ja, an der Spitze seines Erfolgs dann ein Bild von sich zeigen, das so low ist? Aber meinst du, das wird seiner Karriere ein bisschen schaden? Also, wenn ich jetzt der Academy Awards Veranstalter wäre, würde ich den nicht mehr in die erste Reihe setzen. Ich weiß jetzt nicht, wie die da in dem Club der Reichen und Schönen sonst wo, sonst noch mit dem Verkehr. Also, ich sage nein. In den USA. Du denkst, das hat keine Konsequenz auf den? Gar nicht, der wird weiter seine Filme drehen. Wenn das wirklich so sein sollte, dass der nicht, keine Konsequenz kriegt, dann ist das noch ein viel mieserer Stand, in dem wir sind, als Gesellschaft, als die Backpfeife an sich. Verstehst du? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Kinder schon in einer freier Rumlauchung, aber wir müssen unsere Corona, wir müssen unsere Corona-App mit Namen müssen wir überall vorweisen. Das heißt, ein Kinderschänder kann in Düsseldorf Scheiße bauen, kann aber nach Hamburg ziehen und sein Unwesen weitertragen. Das heißt, mich überrascht gar nichts mehr. Warum wird denn zum Beispiel jetzt ein Will Smith nicht gecancelt? Warum soll er gecancelt werden? Es wird ja uns normalos quasi gesagt, hier die Celebrities, das sind die Crème de la Crème und das sind eure Vorbilder. Die spielen ja auch zum Beispiel die Rollen in den Filmen, wo drin auch die Propaganda dann auch getragen wird. Das heißt, wenn jetzt ein Film, was weiß ich, über Irak-Krieg gemacht wird und die Szene so dargelegt wird, wie man es gerne hätte, dann benutzt man auch den und den Schauspieler, weil man dadurch ja auch Vorbilder erzeugt, damit man auch später welche zu der Armee wieder rekrutieren kann, die dann Will Smith als Vorbild oder als Held haben. Ist jetzt nicht konkret bei Will Smith so gewesen, aber jetzt, du weißt, was ich meine. Dieses Vorbild hat sich daneben verhalten. Das heißt, ich denke, normalerweise müssten die, auch wenn das denen sehr schwer fällt, eigentlich den jetzt bestrafen, öffentlich, um allen zu zeigen, nein, das geht gar nicht. Das will der Staat ja nicht, dass jeder sein Recht in die eigene Hand nimmt. Ich bin da nicht bei dir, dass der Staat nicht möchte, dass wir sowas machen. Meinst du? Was hat die Wollen? Das ist doch Unterhaltung, das ist doch irgendwo auch Ablecken pur für das, was auch auf der Welt generell passiert. Das ist wieder ein anderes Thema. Der Rock, der war auch dabei, dann hätten die auch direkt Royal Rumble da machen können. Hätten sich alle gegenseitig auf die Fresse gehauen. Nee, aber ich sag's nochmal. Jeder redet jetzt über diesen Oscar-Verleihung. Ich wusste nicht, dass es überhaupt Oscar-Verleihung war, weil einfach zu viele andere Themen, zu viele andere Sachen, die uns komplett auseinander bringen auf der ganzen Welt, dass die Menschen da abgelenkt sind. Überall Hashtag Oscar. Überall, das Hashtag nimmt komplett alles auseinander. Dann gehst du immer noch den Weg, dass es wahrscheinlich gescriptet war. 100 pro jemand kommt das raus, weil überleg mal. Und dass der Will Smith sowieso keinen abbricht, weil er sowieso schon seine Millionen safe hat und seine Rollen und alles. Das wird dir nichts schaden, gar nichts. Der Will Smith heult ein bisschen. Was er ja sowieso auf Knopfdruck kann. Auf jeden Fall, Schauspieler können das. Das war auf jeden Fall emotional seine Rede. Eine Stunde danach ist er am Feiern, am Tanzen. Zwei Tage später ist Ingo in der Schule und zeigt ein Kind, wie man eine Backpfeife gibt. Echt jetzt? Ja. Krass. Muss ich mal, schicke ich dir das mal. Wenn ich das noch finde, schicke ich dir das mal. Das ist heftig, Bruder. Zeigt er in der Schule, Podium, sagt er so, wie gibt man so eine Backpfeife, dass du denkst, also wie Schauspieler machen, wenn ich jetzt jemanden schlage mit einer Backpfeife oder mit einer Box. Ich glaube, das war eine Backpfeife. Meinte er, du machst so, das geht dann, boah, ein paar Mal üb, geübt, sind 20 Minuten geübt, dann hat er das gemacht. Aber das war so ein Joke in Anspielung auf die Sache, die passiert ist, oder was? Keine Ahnung. Ja, aber ganz ehrlich. Ich habe nur das Video gesehen, das Video geht 10, 15 Sekunden und dann lachen sie alle kaputt. Die sind nicht mehr real, das ist das Problem. Die Menschen heutzutage sind nicht mehr real, weil sie Angst davor zu haben, real zu sein. 100 Prozent. Die haben Angst davor, real zu sein. Und es wird ja auch den Leuten beigebracht, nicht real zu sein. Natürlich, weil das verkauft sich ja. Wenn ich jetzt losgehe und sage, ich bin nicht mehr der Kurs, ich bin keine Ahnung, irgendwann und fange an nur noch Scheiße zu erzählen, was sich verkauft. Die Menschen würden mich sogar noch mehr da feiern als ich selbst. Wenn das wirklich so war, dass er ausgerastet ist und das so war, wie es erschienen ist, dann würde er mir leid tun. Aber wenn das so wäre, wie du das sagst, dass das alles gespielt ist, dann ist er ein Drecksack. Aber wie gesagt, das wissen wir alles nicht. Wir wissen ja nur das, was wir sehen und können das analysieren. In zehn Jahren hörst du ihn. Aber was wir halt sehen können oder was wir beurteilen können, ist ja die Doppelmoral der Medien oder auch der Politik in vielen Fällen. Oder sagen wir mal das Establishment. Also das sind ja nicht zwei Paar Schuhe, sondern ein Schuh mit zwei Füßen drin. Zwei Füßen. Und dass viele Leute gecancelt werden, weil sie ihre Meinung sagen. Also es werden Spielregeln aufgestellt. Ja, das dürft ihr machen und das dürft ihr nicht. Aber dann wiederum wird gesagt, so ein Oli Pocher und so ein Will Smith, die dürfen aber über die Grenze hinaus noch mehr machen. Weil das sind ja unsere Pferde, die wir im Stall haben. Ja klar, und das erlaubt er. Die Medienwerte erlaubt das ja. Die wollen das ja so haben. Über Negative, über schlimme Sachen, über die bestimmte Zielgruppe angreifen wollen, da berichten die wirklich Wochen über Wochen darüber. Das ist auch psychologisch, weil halt negative Sachen, sobald Gefahr ist, dann wirst du wach, dann wirst du aufmerksam. Und sobald du negative Sachen, was ja auch gefährlich ist, ob es jetzt Krieg, Corona, dies, das, dann bist du direkt aufmerksam. Weißt du? Denkst du, hat mal so einen geilen Zitat gehabt über die Medien. Vielleicht kennst du das, wo er meinte, wenn du nicht die Zeitung liest, dann bist du desinformiert. Wenn du die Zeitung liest, wirst du missinformiert. Irgendwie sowas. Ja, wenn du die Zeitung nicht liest, dann, also mit anderen Worten, dann weißt du nicht, was abgeht. Genau. Aber wenn du die Zeitung liest, dann bist du fehlgeleitet im Grunde. Richtig. Ein Krieg ist immer scheiße. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht solidarisch mit Kriegsopfern sein und gleichzeitig zum Mobber der Russen sein, die hier leben, die nichts damit zu tun haben, die auch nicht kämpfen im Krieg. Und alles per se verbieten, also das finde ich schon auch Doppelmoral. Du bist ja noch harmlos. Harmlos. Palästina. Ein Fußballspieler, schießt ein Tor, zieht ein Tisch oder Palästina-Flagge. Mhm. Wird bestraft. Jetzt Ukraine dürfen die alle. Vorher hieß es, Sport und Politik sollten wir nicht vermischen. Mhm. Hieß es immer. Egal, was es war. Ob das jetzt Black Lives Matter-Movement ist, wo du sogar in olympischen Spielen in China gesagt hast, wozu die Sportler dürfen da nicht Black Lives Matter-T-Shirt tragen. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und mir ein T-Shirt habe, Black Lives Matter, darf ich nicht. Weil die sagen, Politik und Sport passt nichts. Palästina. Ich meine, es herrschen ja überall auf der Welt irgendwo. Ja, ja. Jemen. Wir reden ja gerade nur über Ukraine, weil das hier um die Ecke ist. Weil es hier um die Ecke ist. Aber auf der Welt, in dem Moment, wo die Amerikaner ihren Maul aufmachen, der beiden, wo er seinen Mund aufmacht, bezüglich Wladimir Putin, was nicht okay ist, was er macht. Das soll ich auch mal betonen, dass die Leute sagen, hey, der Kosis pro oder kontra, keine Ahnung. Nein, nein, nein. Was nicht okay ist, Wir beziehen keine Stellung. Wir beziehen Stellung mit dem Recht, nicht mit irgendeiner Person oder irgendeiner Kriegspartei. So was... In dem Moment, wo er sagt, Putin, scheiße, was du da machst, bla, bla, hin und her, haben die ein Land in Afrika bombardiert, die Amerikaner. Das ist ja das, die Doppelmoral. Und dann dieses Doppelmoral. Und das ist das, was mich am meisten abwacht in der heutigen Welt. Die Menschen haben einfach erstens nicht ihre eigene Meinung. Doppelmoral hoch 10. Und wenn sie ihre eigene Meinung haben, werden sie gecancelt. Wären sie gecancelt. Deswegen, wir wissen jetzt auch nicht, ob das Video jetzt gecancelt wird. Gibt es ja immer welche, die dann sagen, ich vertrete nicht deren Meinung. Aber glaubst du, dass das von diesen vereinzelten Leuten kommt, den Zuschauern, oder glaubst du nicht, dass es zum Beispiel von YouTube kommt, von oben kommt, dass die sagen, boah, der erzählt mir jetzt zu viel in die Richtung, die ich nicht hören will. Weil du hattest ja auch schon mal ein Video, was aus dem Verkehr genommen wurde, ne? Ja, ich hatte ein Video gehabt, also ich musste es löschen, ein paar Sachen rausnehmen. Also Passagen aus dem Video rausnehmen? Genau, muss ich komplett rausnehmen. Okay, warum ging es? Es ging um, warum junge Fußballer aus dem NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland, in den Jugendabteilungen immer die Besten sind oder mit einer der Besten oder im letzten Moment den Sprung dann halt nicht schaffen. Dann haben wir halt, und da haben wir auch Vereine auch genannt und das hat wahrscheinlich dem einen oder anderen nicht gepasst, weil ich zwei, drei Anrufe bekommen habe von Vereinen, die sich da beschwert haben, das mag nicht so sein. Ach so, also das waren jetzt Vereine, die sich da über das Video beschwert haben, dass du quasi Fehlinformationen damit betreibst. Richtig. Hast du das dann runtergenommen aufgrund der Drohung oder wurde das von YouTube runtergenommen? Von YouTube wurde das runtergenommen. Okay. Von YouTube wurde das runtergenommen. Dann habe ich aber, klar, ich wusste genau, welche Passagen das war, dann habe ich nochmal hochgeladen, wo wir keinen genannt haben. Und dann war das in Ordnung? Dann war das bis jetzt, ist immer noch drin, wie ist das nochmal, muss man mal gucken, 19 Bundesligaspieler. Ja, ich kann das ja verlinken. Wie viele Videos werden denn meistens immer runtergenommen? Es werden immer Videos runtergenommen, wo du halt doch vielleicht die Wahrheit sagst, die nehmen das dann komplett runter. Man könnte jetzt argumentieren, man steht ja im Krieg, mit Russland und mit China, mehr oder weniger. Weil es werden ja auch Waffen geliefert. So untätig ist man ja auch nicht seitens der NATO. Und aufgrund dessen könnte man argumentieren, weil der Zustand gerade ein Kriegszustand ist, kann man keine anderen Meinungen oder keine andere Propaganda dulden. Verstehst du? Weil man ja das Volk auf seine Seite einstellen möchte. Verstehst du? Also das sind ja die Sachen. Ich habe ja auch immer Angst. Ich habe ja auch sehr viele Themen, die ich auf Lage habe und die ich gerne ansprechen möchte, wo ich immer wieder sage, boah, das entschärfst du lieber ein bisschen. Ich nehme jetzt mal Deutschland und Kongo im Beispiel. Wenn ich sage, wo herrscht mehr Korruption in Kongo oder in Deutschland, weil ich kenne ja beide Nationen. Ich bin in Kongo geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ich bin mehr Deutsch wie Kongolese. Ich sehe aber Kongolese aus, spreche auch die Sprache. Aber wenn ich jetzt fragen würde, einen, keine Ahnung, 20-Jährigen fragen würde, wo herrscht mehr Korruption in Deutschland oder in Kongo? Jeder würde sagen in Kongo. Ja, Afrika. Weil es ja dritte Weltland ist. Und so, diese Korruption, was dabei in Kongo herrscht, ist zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, ein Polizist verdient im Monat, Beispiel 100 Euro. Von 100 Euro muss er, 80 Euro muss er Miete zahlen. Mit 100 Euro muss er Essen, Kleidung. Dieser Polizist aber hat sich gedacht, ich muss irgendwie noch Geld machen. Jedes Mal, wenn er wenn er auf der Arbeit ist, wenn er auf, keine Ahnung, eine Schicht hat, hält er Leute an auf der Straße, die gerade am Auto fahren sind und sagt, stopp, Fahrzeugpapiere, zeigt. Das macht er extra, damit er sich ein bisschen Geld ... Am Ende, Leute wissen, was da abgeht, hier, hast du nochmal 2, 3 Euro. Das ist in Syrien auch so. Hast du 2, 3 Euro, feierabend, lass mich in Ruhe. Lässt dich weiterfahren, ey, lass ihn durch hier. So macht er sich das Geld, damit er halt am Ende des Tages noch mehr Geld für seine Familie verdient. Weil einfach der Kuchen halt nicht fair aufgeteilt ist. Ja. Dann hast du aber diese Korruption, was im Kongo wirklich krass herrscht. Dann hast du aber diese Korruption, wo man zum Beispiel sagt, wie du sagst, Meinungsfreiheit. Das Volk entscheidet. Das Volk entscheidet aber nicht. Und wenn gleichzeitig Waffen verkauft. An Nationen, die darunter leiden, die bombardiert werden. Tagtäglich. Seit keine Ahnung wie viele Jahren. Darüber spricht keiner was. Wenn wir das nicht tun, redet keiner was. Weltseitung macht das nicht. Und dann frage ich mich so, wo ist denn mehr Korruption? Die Menschen, die dafür sorgen, dass in solchen Ländern weiter Hunger ist. Krieg herrscht. Damit wir einfach weiter profitieren. Damit wir unser Luxus haben, was wir hier genießen. Wir haben jetzt Bild-Zeitung gesagt. Das kann ja auch andere Zeitung sein. Also wir wollen jetzt auch nicht eine Zeitung. Bild kennen ja die meisten. Ja, genau. Wenn ich jetzt Frankfurter Allgemeinsagen würde die meisten sagen. Genau. Diese Zeitschrift, also egal jetzt welche Zeitschrift, die ist ja auch ein Teil, die ist ja auch Kriegspartei. Ja, klar. Die gehört ja zu dieser Politik des Landes. Ja. Die wird davon finanziert und dementsprechend ist sie ja nicht unparteiisch. Richtig, ja. Verstehst du? Aber dann sollen die das doch so kommunizieren. Wenn die das so kommunizieren würden, würde keiner was sagen. Ich habe ja gar kein Problem damit, wenn ich jetzt in Boot A sitze und Boot A hat Krieg mit Boot B, ja, dass ich sage, scheiß auf Boot B. Ja. Weil wenn nicht scheiß auf die, dann wird auf mich geschissen. Richtig. Ja. So, bin ich ja voll dabei. Nur, erzählt nicht, du kannst entscheiden, mit welchem Boot du bist. Ja. Ja. Und alles ist cool und du wirst nicht geahndet und nichts. Das andere, was ich auch nicht cool finde, was ich auch gerade angesprochen habe, ist das Ding der Diskriminierung von Russen. Du kannst dich auf der einen Seite sagen, die Deutschen, die waren damals Nazis und das darf nie wieder passieren. Warum macht ihr das dann jetzt mit den Russen? Krass. Ich finde das absolut krass und ich finde das krass, dass das so durch die Bank überall gemacht wird und dann mit diesem Krieg gerechtfertigt wird. Denn nicht jeder Russe ist für den Krieg. Richtig. Und nicht jeder Russe nimmt an diesem Krieg teil. Richtig. Ja. Mit den Sanktionen, die gemacht werden, die im Grunde gegen das Volk gemacht werden, wo das Volk quasi dann im Endeffekt hungert. Das mag vielleicht eine Regel des Krieges sein oder ein Tool, womit man Krieg führt, aber dann sagt nicht, dass ihr Menschenrechte verteidigt und so weiter. Das ist die Doppelmoral. Verstehst du? Also, dann sagt direkt, Leute, es ist ein darwinistisches System, der Stärkere gewinnt. So, und da kann sich jeder aussuchen, auf welches Pferd der setzt und auf welches Land der setzt und so weiter. Dann sind die Strukturen klar. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil wir begeben uns wirklich in so eine Phase, wo ich sage, da hast du halt das Beispiel genannt mit den Russen, was ist, wenn Sportler boykottiert. Die dürfen da nicht zur Fußball-WM. Der eine Schwimmer, glaube ich, oder Eishockey, dürfte irgendwie nicht mehr seinen Sport weiter machen. Oder in Bayern irgendein Komponist. Weil er Russe ist. Wann werden denn die ersten Amerikaner aus dem Gefechtgesetz eigentlich mal sagen, weil dein Land in Mali den Joe Biden bombardiert hat vor drei, vier Tagen, darf USA nicht mehr bei der WM teilnehmen. Wieso passiert das nicht? Weil es die Stärkeren sind. Aber dann sollen sie es so kommunizieren. Tun die aber nicht. Wir verkaufen uns immer, wir sind die Guten, wir sind für Freiheit, für Gerechtigkeit auf der ganzen Welt, aber das ist aber nicht. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man gegen Krieg, aber dann kannst du nicht auf der gleichen Seite Teil des Krieges sein oder Kriegspartei sein und sagen, ich bin gegen Krieg. Verstehst du? Wenn du gegen Krieg bist, dann bist du dagegen, dass sich beide bekämpfen. Das Ding ist so, die wollen doch, dass es so ist. Instagram und Co. sind heutzutage so repräsentativ für deinen Status. Wenn du dort gebannt wirst, dann hast du auch keine Plattform mehr, dein Geschäft auszuüben oder deine Meinung kundzutun oder was auch immer du vorhast. Und deswegen finde ich Cancel Culture eine ganz schlimme Sache in einer Gesellschaft, die von sich behauptet, offen und frei zu sein. Wenn Meinungsfreiheit herrscht, dann kannst du nicht jemanden canceln, weil er seine Meinung kundgibt. Ja. Weil dann herrscht keine Meinungsfreiheit. Ganz einfach. Meistens sind das für mich halt Menschen, die tun sich zusammen, haben im wahren Leben wenig zu sagen, so beschreibe ich die immer. Die haben wenig zu sagen, die verbreiten Dinge, die sie einfach irgendwo aufsaugen auf die Schnelle. Glaubst du, dass das von den Trollen kommt? Ich kenne viele in meiner Freundeskreis, die auch zu diesen Cancel Culture gehören. Die andere Leute canceln, meinst du? Es gab auch einen Rapper, der hat sich abfällig gegenüber schwarzen Frauen oder schwarzen Menschen geäußert. Ja. Ja, und ich habe das Video bis heute, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe, weil damals so auf, wie hieß es mal, Clubhouse. Genau. Clubhouse, dann, kennst du wahrscheinlich auch, ne? So wie Zoom. Sowieso, aber halt ohne Video, ohne Gesicht. Da war halt mit dem Rapper da was und der ist ja abfällig über schwarze Frauen oder schwarze Menschen. Das Video weiß ich nicht mehr in dem Zusammenhang. Und dann hieß das Wort, er ist gecancelt. So, und ich wusste ja nicht, welchen Zusammenhang. Für mich halt, bevor ich jemanden cancel, muss ich jetzt mal wissen, was ist denn überhaupt passiert? Ja. Wieso hat er es gesagt? In welchen Zusammenhang hat er so eine Ausnahme? Ich muss den Beweis haben. Um ihn zu canceln. Ja. So, das heißt, für mich Menschen, die jemanden canceln, die handeln einfach zuvor eigentlich. Ja. Die sehen etwas, ein negatives Video, wie ich schon gesagt habe, vorhin in der Sendung, vor der Sendung, dass ich gesagt habe, die Leute können auch irgendwann eine Geschichte von mir vor 15 Jahren, wenn ich mal eine Aussage getätigt habe oder etwas, was ich gemacht habe und dann werde ich 15 Jahre später gecancelt, weil die Person, die ich damals war, bin ich heute nicht mehr. So, bei dem Rapper war es halt so, der hat eine Aussage getätigt und dann hieß es, er ist gecancelt. Dann habe ich halt gefragt, wieso ist er denn gecancelt? Was hat er denn gemacht? Zusammenhang? Hat er sich schon dazu geäußert? Wieso, weshalb, warum? Ist egal. Nie rausgekommen, Hauptsache, er hat das gesagt, er ist gecancelt. Ja. Natürlich, das Endwort, das geht gar nicht. Aber da muss man unterscheiden, okay. Ist er dumm? Ist er ein Rassist? Wenn die Antwort nein ist, dann darfst du den Menschen nicht canceln, dann muss den Menschen auch eine zweite Chance geben. Es gab zum Beispiel ein Video, dieses Tape von Hulk Hogan. Der hat eine Tochter und die Tochter ist mit dem Schwarzen zusammen und irgendwo wurde ein Tape aufgenommen, wo er ihr gesagt hat, der scheißt so und so, lass die Finger von ihm. Okay? Die wollten ihn komplett canceln und das ist eine der größten Wrestling-Legenden, die es gibt. Das heißt jetzt nicht, dass er deswegen immun ist, das will ich damit nicht sagen. Aber ich denke, es wird immer oft gerne benutzt, wenn man jemanden irgendwie biegen möchte in die oder in die Richtung oder wenn er einem ungemütlich wird. Ich meine, das ist auch nochmal was anderes, wenn du etwas privat machst, was auch trotzdem falsch ist. Die Sache zum Beispiel mit R. Kelly, da kam ja raus, dass der irgendwelche Frauen vergewaltigt hat und so weiter und so fort und dann kam er ja auch deswegen ins Gefängnis und dann schwebte er aber ja noch im Raum, ob seine Musik gecancelt wird oder seine Werke gecancelt werden. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, wenn du so anfängst, dann musst du bei Walt Disney anfangen, John Wayne, dann musst du eigentlich alles auf den Kopf stellen. Alles canceln. So, die Gegenbewegung oder was man so versucht, so wieder gut machen zu wollen, indem man jetzt vermehrt, schwarze Darsteller überall reinstopft. Ich finde das in Ordnung, dass Schwarze oder auch zum Beispiel hier in Deutschland Türken oder Ausländer auch ihre Plattform bekommen, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass auf Brechen und Biegen, Ariel, die Meerjungfrau, soll jetzt eine Schwarze sein. Und da denke ich mir so, ihr macht, ihr wollt etwas gut machen, macht aber etwas anderes wieder kaputt. Diese Geschichten, wie zum Beispiel jetzt Ariel, die Meerjungfrau, ist glaube ich eine dänische oder norwegische Geschichte, ich weiß es nicht, eine skandinavische Geschichte, keine Ahnung. Und du tust da jetzt extra so eine Schwarze rein, um zu zeigen, wie offen und liberal und wie toll du bist als Disney. Und auf der anderen Seite gibt es dann wiederum so Filme wie Götter und Könige oder sowas. Ja. So, den Moses hat der Christian Bale gespielt, ein Engländer oder ich weiß nicht, was der ist. Und den Ramses, also sein Halbbruder, hat ein Schwarzer gespielt. Nein, hat auch so ein Engländer gespielt. Obwohl das im alten Ägypten war. Und im alten Ägypten und alle anderen Darsteller, die haben die dann so möglichst authentisch gewählt, ja, dass das dann Dunkelhäutige sind oder dass die ägyptisch aussehen, ja, da gab es dann auch Schwarze. Ich meine, es ist halt Afrika, da gibt es Schwarze und anders Dunkelhäutige. Gab es auch mal Griechen oder so, aber dass du dir jetzt als Hauptdarsteller diese zwei Typen nimmst, die absolut wie Engländer aussehen und du schminkst sie einfach so ein bisschen unter den Augen so und hoffst dann, dass das Publikum das akzeptiert. Also, ich finde, das geht ja mal gar nicht. Weil das ist ja genau das, dass du sagst, wir wollen aber unsere geilen Stars so haben, weißt du, für so eine wichtige Rolle. Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Wenn du vor Jesus-Zeiten mal zurückgehst, damals, back to the, damals, ich rede nicht von 100 Jahren, ich rede damals. Vor der Urzeit. Wie sahen denn die Menschen aus, die dort gelebt haben? Waren die blond? Blauäugig? Wie man uns jetzt, zum Beispiel, jetzt Jesus verkaufen möchte. Ja, weil man den ja als seinen eigenen Superheld feiern möchte. Es gibt so viele Schauspieler, die nicht Engländer sind, nicht Amerikaner sind, die das anders, besser verkörpert hätten. Weil die halt diese Identität haben, diese Roots einfach haben, diese Kultur einfach haben, wo dann einfach sagt, ist zwar nicht ein berühmter, aber der, für mich als Zuschauer, würde er mich mehr packen, als wenn das ein Christian Bale macht. Da muss man halt gucken, dass doch Menschen diese Rolle übernehmen, die auch, sagen wir mal jetzt Black Panther, klar, Schwarzer. Ja, auf jeden Fall. Die haben tausend Avengers, aber die geben uns einen Black Panther und die Schwarzen feiern sich alle. Geil, Marvel, geil, geil. Die haben ja keine Idee mehr. Was machen die? Sagen, okay, wir machen jetzt ein Remake, Ariel und packen eine schwarze Schauspielerin. Bruder, die lassen doch gar keine Ideen zu. Guck mal, ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, als Kind, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir immer oft gelesen, also viel gelesen, so Märchenbücher, damit wir im Deutschen flüssiger sind. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten ja aus unserem Kulturbereich diese Tausend-eine-Nacht-Geschichten mit Aladin und hast du nicht gesehen. Aber ich kann mich sehr gut an ein Buch erinnern, afrikanische Märchen. Also Märchen aus Afrika. Ja. So, und da gibt es mehr als genug Märchen. Warum feiert man nicht diese Märchen auch als seine eigene Kultur und empowert damit auch diese Menschen? Warum muss man diese Menschen dann in Rollen reintun, die die nicht sind? Die wollen ja weiterhin, dass wir uns untereinander bekriegen, dass es dann diese Diskussion gibt. Weil das verkauft es dann. Genau, weil dann gibt es eine Diskussion, das ist der Punkt. So, und dann haben die, jetzt machen die zum Beispiel jetzt einen Film über Ariel in die Schwarzes. Ja. Was denkst du denn, was von Aufruhr in anderen Communitys stattfinden wird? Das ist der Punkt. Weil das ist ja genau das Gleiche, was ich mit dem Ägypten gesagt habe. Du provozierst hier auch die Leute, die diesen Ursprung haben, indem du da Weiße hintust. Ja, natürlich. Komplett. Also ich als Schwarzer denke mir so, ihr habt doch Ägypter. Kennt ihr die Ägypter? Weißt du, was ein Ägypter ist? Die Geschichte der Welt, die manche wollen das einfach nicht erzählen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir uns bilden, weiterbilden, unsere Kinder auch erziehen. Ja. Dass sie halt wissen, woher kommst du überhaupt? Ja. Was ist denn ein Muslim? Was ist ein Christ? Was ist ein Jude? Was ist ein, ich rede nicht von Zionisten. Das ist ein Unterschied auch. Und das ist halt wichtig. Und das tun Menschen sehr, sehr wenig. Und Menschen, die das dann können, die eine Person des öffentlichen Lebens, die Position haben, Oliver Pocher, die tun das natürlich nicht. Die schüren natürlich diesen Hass einfach weiter. Boah, du hast es voll. Einfach weiter machen. Und deswegen sind wir halt hier und sitzen hier und diskutieren, wieso ist das so, wieso ist das so. So haben wir Hass gegenüber. Meine Nachbarin, vor einem Monat, also ich, ich habe meinen Garten, sie hat einen Garten genau nebenan. Als ich neu eingezogen bin, meinen Garten gemacht. Sie auch. Hallo, Herr Nachbar. Okay, gut. Haben wir uns super verstanden. Ältere Dame. Ein paar Mal geholfen, was Gartenarbeit angeht. Das wäre kein Problem für mich. Und da kam das erste Quarantäne, was Maske angeht. Und dann hat sie sich impfen lassen, alles. Ich war schon geboostert, bevor Booster überhaupt rauskam, habe ich das Gefühl gehabt. Die lief auch immer mit Maske rum. Und wir haben uns immer unterhalten, ganz normal, wenn ich sie gesehen habe, wusste ich, okay, die ist vorsichtig, habe ich meine Maske. Hat die das nicht getrunken, so wie der Trump gesagt hat? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann ist halt jetzt vor einem Monat, also wir haben uns wirklich, wenn wir uns gesehen haben, guten Morgen, guten Morgen, alles gut, ja, zu Hause, Kinder, super, feiern. Jeder ist weggegangen. Paket gekommen, angenommen, sie gekommen, klingelt, bitteschön, danke, das gleiche bei mir. Vor einem Monat ist ein Vorfall gewesen, da waren so Schulkinder, die hatten keine Maske an. Die liefen da vorbei und sie, ja, Masken an, haltet Abstand, sie sind bestimmt nicht geimpft, in und her, und beschimpft die Kinder. Sondern da sage ich so, wissen sie überhaupt, dass die Impfung überhaupt mehr Schaden deinem Körper zufügt, als die Krankheit an sich? Seit dem Zeitpunkt, ein Monat. Ich gehe vorbei, hallo, sie grüßt mich nicht mehr. Nichts mehr. Aber die Frage ist ja, ist diese Funkstille entstanden, weil du eine andere Meinung hast? Ja, klar. Oder ist diese Funkstille entstanden, weil von oben gesagt wird, wer eine andere Meinung hat, ist... Okay, jetzt hast du mich. Jetzt habe ich schon ja gesagt. Ja, die Medienwelt manipuliert uns so, dass wir gar nicht mehr unsere eigene Meinung haben, dass wir gar nicht mehr uns, dass wir gar nicht mehr recherchieren, dass wir uns gar nicht mehr schlau machen, was richtig und falsch ist. Dass wir gar nicht mehr offen sind für was anderes. Können wir nicht mehr. Wir haben Angst davor, wenn jemand die Wahrheit sagt. Da haben wir Angst. Aber was ist denn real? Diese Sendung ist real. Und das ist das größte Problem. Fucking real. Sobald du die Wahrheit sagst, sobald du ehrlich bist, musst du Geschütze auffahren. Du bist einfach nur ehrlich. Ich will nicht sagen, dass man... Manche denken, oh, ich bin ehrlich und verbreiten Unwahrheiten. Das ist natürlich auch eine gefährliche Sache. Muss man auch aufpassen. Aber du musst nur du selbst sein. Und das ist halt das Gefährliche heutzutage. Die Menschen haben Angst davor, wenn paranoid die Wahrheit zu sagen, echt zu sein. Es gibt 5 Prozent, die vielleicht wach sind, was das betrifft. Aber der Rest glaubt mir, das ist das Feierabend. Aber unsere Kinder, die haben noch eine reelle Chance. Ich hoffe es. Aber wogegen sind wir heute? Was haben wir heute angesprochen? Wir sind gegen nichts. Wir sind für die Liebe. Wir sind für Frieden. Dafür sind wir. Wir sind gegen Doppelmoral. Das ist auch das, was mich getriggert hat. Heuchlerei, Doppelmoral. Und diese Unterhaltung diente auch nur zur Unterhaltung und soll in keinster Weise politisches Wissen wiedergeben. Glock aktivieren, abonnieren, kommentieren, ganz wichtig. Besucht den Kosi übrigens auch auf seinem Kanal. Ich verlinke seinen Instagram, seinen Kanal hier unten. Der macht auch ganz coole Sachen. Ich bin da, muss ich ehrlich sagen, seit gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr tätig, aber es wird jetzt demnächst was Neues kommen. Geile Sache, Bruder. Schön, dass du da warst. Auf jeden Fall nochmal. Und vielen Dank, dass ihr zugehört, zugeschaut und sonst was habt. Auf jeden Fall. Habt euch alle lieb. Macht dem Oliver Pocher bitte nichts. Also bitte, aber ihr dürft ihn gerne belehren. Richtig. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis bald. колоo Uhr. Bye bé. Beebt hat. Hooskam. Hooskam. Bis zum nächsten Mal.